Die Sendung wurde live untertitelt. Pass mal auf. Ach, du bist es, Alter. Sag mal, weißt du, ab wie spät es ist, Samar? Hast du wieder die Platte laufen, oder was? Ja, ja, das ist im Radio. Und wir hatten diese Musik im Radio und da musste ich natürlich nicht. Ja, ist ganz nett, ja. Aber doch nicht nachts um 4 Uhr, Samar. Sag mal, tickst du noch sauber, oder was? Weil du ja auch letztes Mal gesagt hattest, ich soll ruhig wieder anrufen, ne? Was? Erzähl ich dir nachher. Hallo? Ja, ich bin auch dran, ja. Dass du dann mal rumkommst. Wie rumkommst? Ja, wie? Wie stellst du das vor, Alter? Wie, wie? Ich bin in Bielefeld. Äh. Du hast doch heute Nacht keinen Aufriss gehabt, oder was? Nee, das sehe ich nicht so. Ja, das sehe ich aber genau so, du. Nee, das muss ich auch nicht sagen. Ja, wieso rufst du mich sonst an, hör mal? Du und ich und, und... Was, ich und du, du und dich? Hä? Das sehe ich nicht. Ehrlich, Mann. Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Letztes Mal hast du ganz anders, also... Meinst du etwa damals nach eurem Konzert? Ja, genau, genau. Und da hast du gesagt, dass wir alles durfte und... Ja, aber das ist ein halbes Jahr her, Alter. Ist ja gar nicht wahr. Ja, ist ja wohl wahr. Ach, Mann. Ich weiß doch, wann das war, Mann. Nee, und überhaupt. Was? Waffan komm her. Nee, wenn das so ist, dann passt mir das wahr nicht. Ja, was? Sag mal, spinnst du, oder was? Was? Nee. Ach, Mann. Was? Ruf mich mal Tasse an. Nee, 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 nee. Mensch, Hauptsache du und ich. Das ist doch alles nicht so wichtig. Was ist wichtig? Wohlfühlen, oder? Wohlfühlen? Ich fühl mich auch so ganz wohl, du. Kutschi. Ja. Was? Kutschi? Meinst du mein Kutschi? Nee, hat sie ausgekutschiert, du. Hat sie ausgekutschiert? Ja, Alter, ich kann's auch nicht ändern. Na, denn. Ehrlich? Ab dafür. Alles klar? Ja, oder doch. Ja, weißt du was, du. Leg mal auf jetzt, du. Ich ruf dich mal wieder an, okay? Muss ja auch nicht. Lass mal gut sein. Ich ruf dich an, okay? Alles klar. Tschüss, dann, ne? Tschüss. Ja, ist gut. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, 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 das ist schon. Sag mal, Sabine, wer war denn das? Ach, weißt du doch. Der Typ von Trio wieder. Ich ruf dich mal wieder an, okay? 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 Ich ruf dich mal wieder an, okay?